Willkommen zurück bei Asterigos und wir wollen mit Cirene sprechen. Können wir jetzt an allen Statuen beten? Hallo, it's a me, Mario. Gibt es hier noch was zu lesen? Ja, es gibt sogar noch was zu lesen. Dann tun wir jetzt einfach mal so, als würden wir was lesen. Das Einzige, was mich tröstet, ist, dass die Menschen in den Außenministern unsere Ressourcen und den Stern schon behalten haben. Es gibt noch so viel zu scheiße sieben Seiten. So viel zu tun. Ich erwarte Aristoi via Balbas Antwort. Er versprach mir, die Vorräte vom Bazaar auszusenden. Der Weg ist zwar länger, aber auch sicherer. Ich muss mich auch noch um die Reparaturen der Gebäude und die Behandlung der Kranken kümmern. Andreas schickt schon eine Weile Speer zur Streitachs und plant unsere Operation. Die Jäger weigern sich, mit uns zu sprechen, aber zumindest sind sie nicht feindselig. Das bedeutet, dass wir noch eine Chance haben, unsere Beziehung in Zukunft zu verbessern. Vialbas Lieferung ist noch immer nicht angekommen und ich mache mir Sorgen. Sollte ich jemanden hinüberschicken, um herausfinden, was los ist? Ich habe endlich eine Antwort von Aristoi ad Callan erhalten. Sobald mir eine Gelegenheit bietet, zur Argas-Promenade zurückzukehren, kann ich mich beim Abendessen mit seinen Freunden austauschen. Vielleicht bekomme ich so die Chance, mehr Leute davon zu überzeugen, die schwarze Straße zurückzuerobern. Ich kann diese altmodischen Wege, Kontakte zu knüpfen, nicht leiden. Aber es ist eine gute Gelegenheit. Ich habe sofort zurückgeschrieben, um einen passenden Termin für die Abendgesellschaft festzulegen. Die Streitachs schickt Leute, um uns einzuschüchtern. Ich kenne Barat nur zu gut. Ich konnte jederzeit gehen, aber ich muss an diesen Menschen denken. Sobald ich gehe, wird die Streitachs ihr Schicksal besiegeln. Und wie ich erwartet hatte, kamen heute Nacht Menschen aus dem Außenbezirk und flehten mich an, sie mitzunehmen. Ich werde Ad Callan erneut kontaktieren. An wen könnte ich mich sonst noch wenden? Blaustern? Alexandra? Vassili? Narkes? Je mehr, desto besser. Ich muss die Aristoi dazu auffordern, für die Rechte der Arme einzustehen, obwohl ich weiß, dass es keinen von ihnen wirklich interessiert. Barat weigert sich noch immer zu verhandeln. Ich muss ihm das bestmögliche Angebot machen, aber ich mache mir Sorgen darüber, dass die von ihm geschickten Trottel mein Angebot nicht richtig verstehen. Andreas meinte, dass ich fortgehen soll und ich habe beschlossen, vorübergehend in den Tempel der Gnade zu ziehen. Falls wirklich etwas passieren sollte, wird die Verteidigung von dort aus einfacher sein. Alexandra sagte mir, ich solle umgehend zur Promenade zurückkehren. Habe ich eine andere Wahl? Jemand interessiert es, was mit den Armen geschieht? Villalba hat nur die Hälfte der versprochenen Vorräte geschickt. Ich weiß nicht, was passiert. Wenn Andreas doch nur aufhören würde, mir immer dieselben Dinge zuzuflüstern. Die Streitachs hat ihren Angriff begonnen. Noch können wir sie abwehren, aber sie werden nicht lange so gesittet bleiben. Ich habe Speer in die schwarze Straße geschickt. Ich war überrascht, dass die Leute von dort nicht wussten, dass ich die Argespromenade verlassen habe. Barat hält die Menschen davon ab, mich zu erwähnen. Das muss bedeuten, dass die Moral dort sehr schwach ist. Vielleicht kann ich mir das zunutzsam machen. Nur einer der Arrestoi hat mir geantwortet, aber auch er wird keinen Flüchtling aufnehmen. Verflucht soll er sein. Das hier ist mein Tagebuch. Da muss ich nicht höflich sein, oder? Andreas stachelt mich schon wieder an. Es ist mir egal. Ich erinnere mich an einen Arrestoi-Fraktionschef, der nicht gut mit Barat auskam. Wie war doch gleich sein Name? Ich muss ihn herausfinden. Vielleicht wird er mir später helfen. Wie hieß er denn nur? Er war auf jeden Fall nicht Luzanik. Den würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Er ist noch hundertmal schlimmer als Barat. Ich werde Späher aussenden, um den Namen in Erfahrung zu bringen und die Wahrheit über mein Aufenthaltsort zu verbreiten. Ich werde die Bewohner der Schwarzen Straße wissen lassen, was mit mir geschehen ist. Ich kann den Lauf der Dinge noch nicht ändern. Ich vertraue darauf, dass mich die Götter leiten werden. Dieser Andreas. Ich kann nicht glauben, dass er mich wirklich eingesperrt hat. Dieser hinterlistige. Er soll mich zumindest nicht tatenlos herumsitzen lassen. Was denkt er, wie lange er mich hier festhalten kann? Ich kann es nicht fassen. Dieser Mistkerl. Bei den Göttern der Sterne. Andreas meinte es ernst. Ich hätte verhindern müssen, dass er meinen wahren Beweggründer herausfindet. Wäre es anders gekommen, hätte ich gesagt, ich hoffe, ich sterbe mit dir zusammen. Ich weiß es nicht. Ich bin eine Idiotin. Mir war bewusst, dass er anderen Anliegen hat als ich. Es ist das erste Mal, dass ich nichts mehr tun kann. Wer bist du? Minerva hat mich geschehen. Ich weiß es nicht, Archon. Du bist schmerz. Diese Stardust. Ich werde es nicht nehmen, bitte. Ich werde es nicht mehr tun. Mein Körper ist nicht wichtig. Minerva hat dich geholfen? Wo ist Andreas? Er ist... Ich habe keine Wahl. Er hat seine Meinung verloren verloren. Ich habe dich nicht geholfen. Ich habe es schon lange erlebt, aber ich kann nichts tun. Was passiert da? Warum würde Minerva arbeiten mit einem Outsider? Herr, bitte, erzähl mir alles. Ich erzähle dir, was ich weiß. Vielen Dank. Und Andreas. Wenn er noch mit uns ist, bitte gehör mir zu ihm. Ich bedanke dich. Alles klar? Ein Archon, der in die Politik hat, um eine Sprache zu geben. Sie lieben sich mit ihren Lieben, während die ganze Welt der Gesellschaft verabschiedet ist. Aber die Schmerzen der Schmerzen verabschieden diejenigen, die in die Säinten glaubten, zu nichts mehr als Stardust. Die Säinten selbst wurde eine Kaptein, in der Namen der Schuldigte. Ein over-idealistischer Lieder, der wird später oder später verabschieden zu ihrer eigenen Naivität. Fehlt noch Stücks? Andreas, kannst du mich hören? Zureen. Ich... nicht entschuldige... für was ich gemacht habe. Ich weiß. Du wirst wirklich wissen, wie eine Person schreckt. Du wißt du? Ich werde dich nicht verabschieden. Du hast sie verabschiedet, um mich zu verabschieden. Andreas, du verabschiedst meine信. Kein Problem. Du wirst... Du wirst... Du wirst... Du wirst... Du wirst du wirst. Du wirst du wirst. Nein, ich muss gehen. Die Situation außerhalb. Ich verstehe jetzt. Äphys ist in dire need of Hilfe. Du und Minerva sind die größte Sache, die wir haben, um die Hoffnung. Ich bin glücklich. Hier. Ich habe das für Identifikation genommen. Aber ich habe es nicht mehr für den Sinn. Ich bin froh, dass es mehr Sinn hat. Vielleicht sind die Gäste, die mich zu diesem Moment. Wir sollten uns wieder nach dem Schädel zusammenkommen. Das wird nicht notwendig. Evangelos. Vielleicht solltest du gehen? Bei mir selbst? Meine Frau. Ich bin der letzte Gäste, die du hast. Nein. Ich gehe, wo du gehst. Doch es wäre schön, wenn wir die Arbeit anbauen könnten. Ich bin froh, dass das nicht möglich sein wird. Wir haben immer noch viel Arbeit zu machen. Ja. Nicht so viel. Danke für die Stardust. Ich fühle mich schon besser. Du bist willkommen. Was machst du nächstes? Meine Beziehung mit den Blackstreetern ist sehr kompliziert. Wenn die Warrachs nicht mehr aufhören, ich habe keine Wahl, sondern zurück nach dem Aristoy Quartier zuerst. Ich muss zurückkommen mit Aristoy und stabilisieren meine Situation, bevor ich meine Beziehung für die Poor. Also... Oh, warte. Das sind viele места. Wir sind hier zu lange. Es ist Zeit, um zu gehen. Ah... Well... Alles klar. Ist da was anderes, was du willst wissen? Ich wäre glücklich, zu helfen. Er hat riesig Bock. Äh... Fragen wir, warum die Minutes sie sehen wollte. Ja. Warum will die Minutes euch unbedingt sehen? Bevor ich euch traf, war mir nicht klar, wie gefährlich im Ende des Plan war. Wir standen uns nahe. Es überrascht mich nicht, dass er mich sehen wollte. Aber ich glaube nicht, dass ich gut in seiner Planung passe. Deshalb habe ich ihm mehrfach eine Absage erteilt. Und doch besteht er darauf zu kommen. Und sagt immer und immer wieder das Gleiche. Es ist sehr seltsam. Wenn er wieder zu mir kommt, ist es noch unwahrscheinlicher, dass ich zustimme. War Humanitas schon immer so? Nein, er war netter und idealistischer. Jetzt ist er, wie soll ich sagen, hartnäckiger. Und sein einst freundliches Wesen hat sich gewandelt. Wie Andreas? Nun ja. Und das gilt nicht für sie. Nun. Ja. Und das gilt nicht nur für sie. Wegen des Fluchs haben viele Menschen. Ich frage mich, ob es der Fluch war, der unsere Persönlichkeiten verändert hat. Oder ob es eine natürliche Folge eines zu langen Lebens ist. Wenn alles geklärt ist, werden wir eine Antwort darauf haben. Okay. Das ist relativ uninteressant. über Andreas. Es war nicht deine Schuld. Nein. Ich habe ihn als mein Gartenkapitän gewählt. Ich vertraute ihn über alle anderen. Ich kann keine Gefahr. Er hat immer ein Licht auf meine Fehler. Blödsinn. Und ich brauchte jemanden wie das. Weil ich das. Ich verletze ihn überrascht. Ich verletze ihn. Ich verletze ihn. Sie haben ihn der Schmerz des Schmerzes. Ich sollte erinnern, was das bedeutet. Er war meine Blöden. Aber seine Knife war auch auf mich. Das ist die Wahrheit inescapable. Ist da noch etwas anderes ich kann dir helfen? Du willst mir helfen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass du eine schlechte Person bist. Und du hast deine Fehler gemacht. Ich würde mir helfen. Okay. Ich denke. Ich muss die restlichen Schmerz des Schmerzes in dem Tempel zu den Menschen der Blackstreet. Es gibt ein Warax-Member, im Namen Skulltora, auf der Grenze zwischen den Blackstreet und den Outskirts, der kann helfen. Die Schmerz des Schmerzes brauchen auch die Schmerzen. Würdest du sie bereitst? Natürlich. Vielen Dank. Für die Evangelos auch. Er sieht aus. Ich bin entschuldigt. Was planst du jetzt machen? Ich wünsche mir die Adherenten helfen. Als favorit zu Minerva. Ich kann das helfen. Hast du schon zu Argus Plaza gesehen? Ich bin zu Lurel Mansion. Minerva hat ihn geöffnet, und viele Eristoy zu besuchen. Wirklich? Das ist perfekt. Ich versuche die Leute, um meine Überlegung zu erzählen, und probiere ihre Meinung auf die Schmerzen und die Schmerzen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, dass jemand dich als Sainte nennt. Aber nachdem ich mit dir sprechen, bist du mehr interessant als ich erwartet für jemanden mit einem Namen so. Ich habe nie gedacht, dass ich mich selbst als eine gute Person, und ich denke, dass es nicht so gut oder schlecht ist. Wenn ich meine Hand nicht schraue, wie kann ich mir helfen, um einen wunderschönen Welt für die Zukunft? Ein Gefühl, von einem bestimmten gefährlichen individuellen. Petrius? Wahrscheinlich. Aber es gibt eine große Unterschiede zwischen uns. Ich frage mich immer, ob ich die richtige Wahl habe. Ich habe Regisse, ich wundere, und manchmal, ich bin Angst. Ich hoffe, dass es mehr Beacons von Licht gibt, wie du. Es ist gar nicht wichtig, ob ich mich für meine Aktionen kritisiert habe. Nur dann kann ich sicher sein, dass der Welt verändert für die bessere. Na dann. Well, Andreas ist tot. Du musst ein starker Krieger sein. Ich weiß, dass ich dich nicht konnte. Also, dankbar sind wir auf unserer Seite. Ich will, nach dem Ozean gehen. Oh, der ist so richtig so ein, mir kommt kein Bock zu arbeiten. Aber ich muss, ich treue, arme Seele. Warum? Achso, das ist das Ding. Ähm, wir gehen jetzt mal ganz kurz im Jägerdorf die Ressourcen abgeben und, Odessaus, du hast bis jetzt Zeit gehabt, meine Belohnung bereit zu machen. Dementsprechend erwarte ich jetzt von dir auch eine entsprechende Belohnung. Und danach geht's nach Styx. Ich meine, ja, theoretisch muss ich jetzt auch irgendwo zwischen dem Außenviertel und der Schwarzen Straße was tun. Kann ich auch versuchen. Ich weiß nämlich, wo das wahrscheinlich ist. Ich würde gerne ins Jägern langer. Und wehe, ich krieg jetzt keine Belohnung von der Odessaus. Hoch, 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 hoch. You son of a bitch. Bist du irgendwo an? Wer bist du? Ja. Ich bin nur arg, uns nur Vorräte zu verteilen. Sie möchte, die Sache zu bekommen. Ist nicht auf der Flucht? Jetzt findet sie Zeit, uns Vorräte zu schicken. Dass sie jetzt zu uns kommt, kann nichts Gutes bedeuten. Hä? Es ist nur ein Geschenk von Akon Serene. Ich... Sie hofft, dass es euch nützlich ist. Sie hat genug eigene Schwierigkeiten. Sie sollte einfach zurücktreten und die Arbeit ihm an andere überlassen. Aber diese Frau liebt einfach die Macht. Was? What? Okay, das verstehe ich. Odysseus. Und der War Axe? Das Wort ist, du sprachst mit einem Outsider. Was meinst du? Nicht schlau, dumm. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Wir können uns überlegen deine Geschäfts mit dem Eristoy. Aber der Outsider? Ich weiß nicht was du sprachst. Der Outsider hat uns verletzt unseren alten Boss, verdammt. Du hast ihn mit dem Eristoy mit dem Eristoy. Das ist alles Teil ihrer Planung. Was? Ich habe das nie gehört. hörten wir von dem Eristoy. Hör nicht zu lieben, du wunderschön! Na, Odysseus. Nein, Outsider, außerdem, wie ich dachte! Wollt? Wollt? Alright, Wollt? Weil die Sonne gewonnen ist. Soviel zum Thema meine Belohnung. Das hatten wir schon. Ähm. Ja, meine Belohnung ist im Arsch. Danke. Geil. Muss ich jetzt hier noch mehr? Ist das der der gibt mir Vorräte-Typ? Anscheinend, ne? Das heißt, wir sind eigentlich jetzt auch hier fertig. Wow. Ich mochte Hitchise. Der war eigentlich ein ganz netter. Und ich mochte den. Oh. Ich mochte den. Und der ist mir noch eine scheiß Belohnung schuldig. Ich will mal ganz kurz zurückgehen. Weil ich hoffe ne, auf dich hab ich nicht gehofft. Oder doch. Oh. Oh, die sterben Fremde. Moment. Seid ihr Skull? Ja, ich hatte recht. Akon Srinin schickt mich. Sie meint, ihr wart bereit, ihr zu helfen. Siren sagt hier. Ha. Hier gibt es eine Sternschaft und andere Güter. Sirenin hat gesagt, ihr würdet helfen, sie zu verteilen. Verdammt. Für wen hält die Frau mich? Hab ich sie missverstanden? Hey, ich bin nicht hier, um diese Frau zu helfen. Ich bin wegen Andreas hier. Andreas wird vielleicht ganz gern von Sirenin Hohn geschubst. Aber ich nicht. Pass bloß auf, wie ihr mit mir redet. Äh, wie nicht? Ha. Und ihr seid eine richtige liebe Salzer Rotznase. Wieso geht ihr nicht zu Andreas und beschwert euch über mich? Was? Oh, shit. Andreas ist tot. Was? Wie ist er gestorben? Äh, er ist verrückt geworden. Verdammt. Und was macht ihr denn noch hier? Verzieht euch. Erst tötet ihr meinen Freund und dann bittet ihr mich um Hilfe? Äh, falsche Antwort gewählt. Okay. Äh, ich rede genau zu. Ich sag's noch einmal. Geht mir aus den Augen. Außerdem hoffe ich, dass sie unter dem Baum der Sterne begraben wird und nie wieder das Licht in den Himmel erblickt. Das war schon mal die falsche... Obwohl, gegebenenfalls hätte beides zum gleichen geführt. Also das möchte ich nicht ausschließen. Das ist einfach beides. Ja. Wir gehen jetzt einmal kurz zu Serene zurück, weil... Also das ist ja jetzt auch in dem Sinne ein Nebenquest, würde ich mal behaupten. Und wir haben jetzt sowohl im Jägerlager als auch das quasi... Naja, in Art von Strichen abgegeben, Fragezeichen. Ähm. Und dann geht's nach Sticks. Und, äh... Wir können Bion noch die Marke kiemen. In der Hoffnung, dass es ja vielleicht irgendwas gibt dafür. Achso, wir sollen auch noch hier... Bringt das Relikt des Arkons zu Zivilisten zum Ennerver in der Zuflucht. Können wir auch machen. Ob wir das jetzt vor oder nach Sticks machen, ist eigentlich irrelevant. Aber wir werden es wahrscheinlich... Da ich jetzt gleich noch zu Bion gehen möchte, Können wir das einfach in einem Abforsch erledigen. Hätten wir hier nicht auch noch einen Teleporter haben können oder so? Nein? Wäre zu einfach, ne? Ah. So viel zu dem Thema. Dann eben nicht. Ich lauf den Weg jetzt nicht nochmal zurück. Ähm, ich... Zu vorn. Da bin ich zu vorn für. Ach, jetzt fängt sie wieder mit dem Satz an. Ich liebe es. Äh. Hey, Sweetie, what's up? Hey, Sweetie. Waffen verbessern. Hey, Sweetie. Mir fehlen drei eure Kalkoststücke. Na gut. Thank you. Thank you for what? So, wir reden aber erst mit Bion. Okay. So, wir reden. Okay. 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 So, wir reden. Er hat einen guten Beispiel für mich gestellt und ich wollte wirklich einen guten Kampf gegen ihn gehen, aber jetzt, dass er die drei zurückgekehrt ist, kann ich nur für ihn betrachten. Was willst du wissen? Ich habe das gefunden. Kannst du es sehen? Ein Taug. Lass mich sehen. Hm. Hippos. Er war damals in meinem Team. Er war extrem ordentlich. Normalerweise. 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 Er war auch so ordentliche, wenn es zu kämpfen war. Er ist der Kind, der von der Decurion wird vergessen. Aber er war ein Veteran von vielen Kriegen, also er war sehr experienced, oder zumindest lucky genug zu haben. In der Ende, er hat sich in der Position der Decurion, obwohl seine Soldaten meistens umgekehrt sind. Vielleicht war das so weit wie er konnte. Der letzte Mal gesehen habe ich ihn, er war heiratet und versucht, sich zu einem höheren ranken, um mehr Geld zu verdienen. Wenn man das jetzt schaut, würde er sich nicht verlieren. Er hat sich in Ordnung. Wenn er sich in Ordnung hat, hätte er sich wohl besser gemacht. Mein Vater sagte mal, dass man etwas, was man nicht verdient, meistens endet mit einer Katastrophe. Aber ich glaube, dass niemand das Recht hat, um andere Menschen zu versuchen, weiter zu gehen. Wunderschöne Worte von beiden von Ihnen. Es gibt wirklich keine richtige Antwort auf was er hätte getan. Ich denke, dass Sie das haben. Ist das... Aeson? Er war ein sehr besonderes Soldat. Der jüngste Centurion ever. Und die Fallon der Fallon Academy. Seine Ambitionen überrascht waren die meisten Menschen's imagination. Aber Sie haben jetzt seine Katastrophe. So eine Messe. Wie schrecklich. Wie schuldig. Aber ich bin sogar größer. Ich habe noch nie erwartet, dass Sie mit seiner Katastrophe zurückkommen. Sie haben sicherlich sich selbst gezeigt. Entschuldigung, aber ich hatte keine Wahl. Es ist alles klar. Deine Mission nimmt Priorität. Aeson hat seine Aufgabe gemacht und hat mit Ehre. Ich bin froh von ihm. Oh, das ist es. Oh. Odysseus. Es ist ein Piddy. Aber ich glaube, die Gods von Sternen werden über ihn schauen. Ja. Ich bin froh von ihm. Ich bin froh von ihm. Wenn du wirklich fühlst. Wenn du wirklich schlecht fühlst. Odysseus. Dann sollte du sicher sein, dass sein spiritus weitergeht. Ich werde. Ich hoffe. Ich habe diese Tag in den Glittering Deeps gefunden. Ist das Hastar? Oh. Er hat mir viele Zeit zu tun. Ich bin froh von ihm. Er würde oft sagen. Er würde oft sagen, dass er sehr unabhängig sein würde. Ich bin froh von ihm. Ich bin froh von ihm. Ich bin froh von ihm. Aber er wusste nicht, was das Problem war. Es ist so jemand, der nicht richtig fit ist. Der Armee ist sehr stressig. Und es braucht discipline. Ich habe ihn einmal gesehen, singen mit einigen Städten. Also könnte er mit einigen Gruppen sein. Wenn er nicht in den Armee sein würde, er sicher wäre eine frei und unigliche Leben. Das ist nur meine persönliche Meinung, natürlich. Der Glück der Verteidigung, auch wenn ihr schön eine Zeug auf pinfen wollt. Ich habe... Ich habe... Ich habe nur nicht jedes Mal geguckt, was ich habe... Na ja, hier. Vor allen Dingen, die Dinge habe ich bekommen. Das ist ja schön. Aber warte mal... Ist das nicht super das, was wir brauchen? Warte mal. Brauche ich Stücke oder Steine? Steine brauche ich wahrscheinlich jetzt danach, ne? Hey, Frauin, was geht's? Scheiße. Ich befürchte, ich habe jetzt das weitere Material bekommen. Und nicht... Hast du irgendwas Neues für mich? Okay. Wie viel habe ich? 4, 5, 2, 3... Ich... Ich weiß, dass ich auf jeden Fall... Davon was brauchen werde. Über Handelsmüssen, über ihn sprechen. Friend. Dann sprechen wir kurz mit Minerva und dann geht's ab nach Stücks. Sie sind sehr glücklich. Die Gäste von Starr haben sie wirklich gegründet. Ich verstehe, warum sie nicht die Gegründung zu kommen. Sie hat so lange gegründet. Sie kann nie bleiben. Ich verstehe. Ich denke, sie ist sehr stark. Sie ist stark? Hm. Ich denke, es ist einfach so stark. Das ist besser, wirklich. Ich will nicht, sie zufrieden sein. Kann ich euch etwas fragen? Zwischen euch und Serene scheint es Streit zu geben, stimmt das? Deswegen mag ich Kinder. Ihr denkt nicht viel nach, bevor ihr redet. Wisst ihr, die meisten Leute würden nicht so direkt fragen. Sie nennen sie die Geheiligte, aber sie ist keineswegs unschuldig oder rein. Sie war einfach nur ein perfektes Werkzeug. Ich verstehe nicht, warum diese Leute sie so verehren. Welche Leute? Warum ist das so wichtig? Ich jedenfalls nicht? Okay. Akzeptieren. Ihr nehmt wirklich, kam da vor den Mund, wenn ihr mit mir redet. Hahahaha. 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 Saving Serene bedeutet viel für sie und ich. Wenn wir zusammenarbeiten können und die Begriffe zusammenarbeiten, wäre es besser für beide Seiten. Ich glaube, sie ist das gleiche. Vielleicht ist das, warum sie nicht zum Schutz gekommen ist. Vielleicht wollte sie etwas machen. Ich weiß. Ich will nur nicht sagen, es will nur nicht zu erinnern. Es ist anders. Gut. Krieg ich wieder ein Echo? Krieg ich nicht? Dooku. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich wieder ein Echo als Belohnung bekomme, aber ein Giant kriege ich das Echo erst als Belohnung für alle Aufgaben. Dementsprechend geht es jetzt mit Otto nach Styx, aber Styx werden wir dann auch erst beim nächsten Part betreten. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wo das nochmal war. Styx, 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 Styx. Wer erwartet uns hier? Petrus? Das ist eine gute Frage, wer jetzt hier der Boss ist. Gibt's Otto noch da? Okay, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, viel Spaß beim Videos. Euer Hedi.